Willkommen zurück zu dem neuen Part, weil der Part war wirklich schlimm und wir sind so dumm, wir müssen nämlich nur eine Sache machen, wir müssen nämlich den Orden, den wir eh schon haben, anlegen, nämlich den Sound Orden. Vom Angriff gibt Mario Frost lauter Funds und das ist nämlich so ein Zeichen, das wir nutzen müssen und mit dem wird es vergleichsweise einfach. Ähm, das Ganze ist am Ende, ihr müsst pressen, willkommen zurück zu dem Part und heute sage ich jetzt alles, wie es geht, dass wir einen Boss hinbekommen. Also das war die letzten beiden Mario Super Mario Party, Wahnsinn, sehr belastend, aber das wird sich nicht mehr ändern, das war auf jeden Fall. Gut, das Ganze überspringen wir noch, weil das kennen wir so von dem letzten Mal das Procedure. Mit diesen Orden bin ich so was, ehrlich, dass das jetzt klappt. Zumindest mit der richtigen Taktik, da hätten wir es hinbekommen. So, also wir fangen nämlich an mit unserem Powerhammer. Und wir machen unsere Frostlaute, jawoll. Ihr geht, da quakt ja ein Frost. Okay, was denn, bist du noch Frost? Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ist ekel, mich verfrösten, seitdem ich mich mal einfach schluckt habe. Ich muss dieses Quacks... Okay. So. Ähm. Und jetzt fangen wir einfach nämlich mal direkt an mit einem Item. Nämlich direkt so mal mit einer Feuerblume. Einfach so mal alles geben. So, und das kann man halt nicht gescheit blocken, dann müssen wir leider das in Kauf nehmen. Und jetzt tauschen wir mal Platz, weil dann bekommt der Koopa nämlich generell mal mehr ab. Das macht nämlich einfach nicht mehr Sinn. Also wir haben noch ein paar Items, ihr könnt es hier sehen. Und auf jeden Fall mal eine Feuerblume setzen wir zu sehen. Wir fallen nochmal ein gegen ihn hier. Hat er nämlich wieder von seinen 20 Leben drei verloren. Und hat dann nämlich schon mal sechs weg. Nicht sogar so neun oder so, glaube ich. Und jetzt kommt nicht mehr mit meinem Hammer. Daher, der nach wie vor die Frostlaute macht. Was natürlich super wichtig ist. So, und der mich die Kraft lässt jetzt so nach von ihm langsam. Das ist natürlich super duper. So, Mario hat nach wie vor seine Leben. Wenn man es so macht, dann macht man es zack. Das ist halt wirklich sinnvoller, was viel mehr Sinn macht. So, jetzt haben wir immer noch eine Feuerblume. Dann noch das ganze andere Säugchen. Die Feuerblume werden wir aus Seenfall jetzt nochmal einsetzen hier. Und es hat wieder drei Sägen gemacht. Nur Kommission nimmt mein Hammer daher. Ich kann es verleihen. Nur noch den normalen Hammer einsetzen. Aber auch das bringt aus Seenfall wieder Wumms. Jawohl, nimm es Doppelten. Sehr schön. So, und hier muss wieder geduckt werden. Deswegen habe ich auch nur einen Zahn genommen. Das ist okay. Das sah uncool. Habt ihr Tackle leider nicht gesehen. Dass die B4 steht. So. Ja, jetzt wird es langsam mit den Items wieder ein bisschen mau. Ich kann auch gerade tatsächlich nicht einsetzen, wie viel Leben er noch hat. Deswegen machen wir jetzt einfach seine Technik. Wir hoffen einfach, dass die klappt. Zumindest einmal. Einfach ist mal besser als keinfach. Ebenmal wieder mein Hammer. Und dann müsste er irgendwann bald zumindest mal zur Grunde gehen. Was soll das? Warte mal, ich kapituliere. Jawohl. Ich bin wieder ganz brav. Jetzt kommt nämlich das Ganze hier wieder. Wir haben aus jedem Fall jetzt noch ein paar Sachen im Pärte, die wir dann nachher auch nutzen könnten, falls es doch brennt. Das wird für alle ein bisschen noch mal ein Leben. Also das sind so kleine Tricks, die das Ganze besser gehen. Ich will auch kein Orden. Also lasst uns hier aus jedem Fall nix antrennen in dem Part. Ähm, auch nix damit kennenlernen. Gar nix. Ich will einfach nur dich besiegen. Mehr will ich nicht. So, jetzt tut er nämlich meine Arme zu. Die armen Tootsie fressen. Aber das Lustige ist, er frisst auch seine Gehilfen mit. Ein Teil. Und die darf er nämlich sehr gern fressen. Aber wartet leider, dass er sie ein neues Leben bekommen. Weil die Tumor halt auch noch wegbekommen. So sieht's aus. Das Ganze machen wir jetzt nämlich ganz sinnvoll. Wir fangen nämlich an. Ah, vielleicht ist ich mit dem Kooper erst mal ein bisschen wieder auftauchen. Nee, wir tausen einfach. Dann bekommt das Ganze erst mal Mario ab. Und zuerst tun wir nämlich den Powerblocker Sinnverein setzen. Dann gibt es nämlich wieder zweifachsaden. Und damit fallen nämlich die ersten Toots immer raus. Dann macht er hier... Warte. Ja, nee. Dann macht er hier seine, ähm... So ein Eishauf, was wir nämlich auch noch haben. Was wir nämlich dreifachsaden gibt. Äh, items können wir super einsetzen. Und wieder dreien Fall weg. Okay. Ähm. Ja, und jetzt heißt es einfach draufhauen. Solange bis er irgendwann weg ist. Bam. Und das gibt auch noch was zweifach. Grr, diese Quark macht mich so unglaublich wach. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm. Ja, Panzerstoß. Ganz normaler. Ich will jetzt so mehr hinbekommen, dass wir mal in der Mitte sind. Wenn wir loslegen, fast gesafft. Zahne. Also den, den bekommen es erst dann nicht richtig gut hin. Boah. Jetzt hat das Sitzheimers komplett weggeblockt. Jawoll. Also ich glaube, viel Power hat der Dude nicht mehr. Jetzt haben wir einen Gleis. Jawoll. Das hat auch früher aus, wenn es klappt. Hätten wir einfach noch dieses Brust-Item davor eingesetzt, dann wäre es eigentlich kein Problem gewesen. Ich war erst dumm im letzten Part. Aber ich habe mich dumm und dämlich geärgert dafür, dass es innerhalb von sechs Minuten machbar war. Also sorry. Das wäre erst dumm. So, Abschlussbonus natürlich gerne. Noch Sternenpunkte. Alles her. Das haben wir gut gemacht. Haben auch kaum ein Leben verloren. Und wir haben ein Level abbekommen. Das ist natürlich sehr schön. Ähm. Ich glaube, du sollst die maximale OP-Sahl diesmal erhöhen. Das ist auch mal was Gutes. Wenn die wächst. Die ist haltet, dann müssen wir es auch nicht. Söhn. Gesaft, Mario. Jetzt müssen wir nur noch dein Stern-Jubil finden. Grr, grr. Grimpf. Da ist es ja. Ne, da ist wer denn das? Puh, endlich wieder an die Luft. Aber. Hä? Vater? Die gute Reunion. Da ist doch mal kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Denn überhaupt, wo hast du dich die ganze Zeit versteckt? Nur noch Maniak. Nach Logart bin ich bis hier gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logart hat mich überlistet und gefressen. Zehn Jahre habe ich es in diesen Wands gebracht. Im Schutz meines Panzers. Cool. Aber jetzt bin ich so endlich wieder frei. Hahaha. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Ach ja, aber Hauptsache es lebt und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du denn eigentlich an einem Ort für diesen? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logart zu töten und das Dorf zu befreien. Was denkst du denn? Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach den Stern-Juwelen. Das Stern-Juwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Jawoll. Was ist denn das? Ich habe es in Logarts Bauch gefunden. Es sah irgendwie aus wie ein nettes Souvenir. Und er dachte es... Und das habt ihr also gesucht. Das passt aber in der Bar. Hier für das. Du musst dich nicht genihern. Du bist Kupios, Freund. Freund, also nimm so'n. Das nehmen wir doch sehr, sehr gerne an. Jawoll. Du erhältst ein Stern-Juwel. Dein Stern-Juwel beträgt dir zwei. Marius lernt die Stern-Attacke Maxi-Beben. Marius vor allem. Okay. Geh saft. Boah. Er ist auch froh, dass wir diese schwierige Geburt gesaft haben. Also das war einfach wirklich Wahnsinn. Nach dem Sieg über Logart fand er Marius in der Burg ein Stern-Juwel. So wie der Marius lässt mich los soll. Und mit dem Sieg gibt er, klar. Okay. Und Kupio war glücklich, seinen Tod auf dem Vater wiedergesehen zu können. Und die Prozessin Peets bleibt dann weiter verschwunden. Du magst sie nur sein. Nun, Marius' Abenteuer hat gerade erst begonnen. So sieht's aus. Ich geh auf jeden Fall weiter. Und das tut's im nächsten Part. Bis dann, sag ich auf jeden Fall. Außer es gab nur irgendeine Fristenfrequenz. Und man weiß ja nie. Und die kommt. Oh nein. Was passiert hier? Herr General, wir haben Prinzessin Peets. Hm. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peets. Wie oft soll ich noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt. Das ist besser für dich. Die Kruktionen sind nicht gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht zu erstatten zu dürfen. Was gibt's? Lugard Sandalville wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sandalville her? Und es hat sich ja jemand sogar Lugard besiegt. Jawohl. Wir haben hier einen präzisen Berist. Die fragliche Person ist ein Bärträger mit einer roten Mütze und blauer Latzhose. Mario! Mario? Hm. Upsi. Ja, hohoho. So, so. Mario also. Okay. Na gut. Über diesen Mario willst du uns noch beristen. Wochen. Bringt die Wachen her. Bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Pass aber auf. Fass das Sätze nicht so grob an. Zu Befehl. Ja, okay. Also hier geht es um einiges ab. Also, gruselis. Chris, gruselos. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Die müssen unbedingt so vorkommen, um das Sterneville zuerst zu finden. Verstanden. Zu Befehle, Herr General. Okay, also geht es in ein Wunderwald als nächstes. Ich frage mich, ob gruselis allein in der Sache gewachsen ist. Alleine in der Sache gewachsen ist. Hm. Hey, du da. Sie haben gerufen, mein General. Bring mir das Sat... Sat... Trio. Das hat ein Trio, aber die sind doch... Egal. Ruf sie. Sofort. Zu Befehl. Besuchst uns. Hier sind wir so. Das ging auch schnell. Oh, oh. Die ist sehen. Ei, ei. Unter die Prozessen, die verraten, wo die Karte ist. Sei lieber ruhig, Bonold. Nur weil ihr Pets damals nicht gesnappt habt, konnte es ihr die Karte, diesen mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute. Außerdem kannten noch ihr Begleiter, diese komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diese Mario erledigen und ihr die Karte bringen? Ich bitte drum. Für unsere Pläne ist die Karte unentheblich. Meine Untergebenden werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut. Bonhilda, ihr werdet ihn schon fertig machen. Hihi. Wir werden dir bald erfreulich berissen. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit. Ehe. Juhu. Also ich darf nicht, dass die Mario's da finden werden. Aber wir werden sehen. Wissen wir zumindest nicht mal, was die Pläne sind. Und was ist hier? Prinzessin Peets. Oh nein. Sind wieder gefangen. Mario und Tod's Warf werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich denn nun hier? Könnt ihr die beiden doch wissen lassen? Dass ich gefangen gehalten werde. Aha. Jetzt haben wir uns doch mal um. Und da ist also ihre Toilette. Wieht ganz frist und sauber aus. Der hat es ihnen gar nicht so getraut. Ob ich sie wohl benutzen darf? Ja, bestimmt. Bisschen baden. Tade ist ja nie. Oder wuschen, was auch immer. Aber ich glaube, die geht eher in die Wanne. Hihi. Also er hat bei Risting und Sachen machen. Und dann nach dem Haus ran. Das ist ja ganz klar, ne? First things first. So sieht es nämlich aus. Das hat gut getan. Ja, das ist doch so mal etwas. Okay, mehr ist halt uns hier mal nicht so gegeben, was irgendwie relevant ist einfach. Aber vielleicht ist er hier. Es ist wieder, weißt du, wie erwartet. Okay. Das ist doch so mal etwas. So, nochmal, was hier drin ist. Okay, gar nichts. Jetzt wird es abgeschlossen. Aber was ist jetzt los? Was war das? Die Tür hat sich davon selbst geöffnet. Komm, wir gehen einfach mal rein. Kann dir nix hiebken. So wie ein Horrorfilm. Einfach immer rein. Niemand da, oder? Was kann man denn hier? Zeit nicht zu funktionieren. Ist ja blöde. Da ist sogar noch ne Tür. Seltsam. Was nicht so farle ist. Er ist im Wirt, wenn Piz einfach rauslaufen könnte. Oh, vielleicht kann man hier mit Mario telefonieren. Okay, okay, okay. Das ist ein williges Recipult hier. Guten Tag, Piz. Wie war's? Wo kam das her? Ich bin Direktor von dir. Ich bin der Hauptcomputer T-Tech. Ach, direkt über dir. Wir haben jetzt einfach Tess. General Grusius huft mich. Ich bin der glückste Computer des Universums. General Grusius, der war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Grusius, ich nicht böse. Er ist großartig. Okay. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dann, Anblick hat eine Störung verursacht. Schön. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ist droht zu überhitzen. Unverständlich Signale durchströmen. Mist, das ist ein neuer Impuls. Noch seltsam ist, Berechnung ertragen, dass ich das ansehen und kennenlernen will. Aha. Ursache unbekannt. Das ist ein guter Abmaßbuch. Berechnung ertragen, dass ich das ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Commuter musst du es irgendwie die Ursache der Störung finden. Da rief ich dir zu mir. Mist ansehen? Mist kennenlernen? Ah ja. Creepy. Ich bin auch so normal vergeben. Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Commuter. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, dass du darüber weißt. Nein, so etwas, also... Ich kann das dir nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Commuter der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas, du bist vielleicht... Verliebt. In Mist. Oha. Verliebt. Liebe. Unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist, du wirst immer mehr mit einer Person zusammen sein. Es macht es froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr bei ihr stehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich, Spaß, Definition dieser Wörter ist unbekannt. Unmöglich. Das ist als perfekter Commuter etwas... Begreife. Etwas nicht begreife. Begreifen... Kann man das wohl nicht. Prinzessin Pietz, Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist denn auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Erbitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunzes, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährleistet werden. Was redest du denn? Ich habe mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde es hier... ...köch...köch...köch... ...ezitiert und soll dir erklären, was Liebe ist. Es muss mir gut überleben, selbst wenn du mir hilfst. Du hast Zugang akzeptiert, bitte sofortige Antwort. Nicht erforderlich. Verständlichste Liebe ist jedoch unabdingbar. Tess muss ein perfekter Commuter sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden? Bitte Wunsch bindern. Darf ich mich wirklich etwas wünschen? Dann. Könnt ihr mir jemanden an der Nachricht übermitteln? Das ist ja wie möglich. Einverstanden. Sehr schön. Kommunikation ermöglicht weltweite Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mail-Funktion erteilt. Bitte mit Tastatur, Empfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut. Ich schreibe etwas. Hallo, Bruder. Was geht? Alles wird geschrieben. Fertig. Kannst du es bitte absicken? Ah, cool. Bekommt Bauer seine Mail. Nachher ist versickt. Heute kannst du in dein Zimmer zurückkehren. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Okay, okay, okay. Also dann. Gute Nacht. Das war doch mal ein guter Deal, Alwitzel. Gute Nacht, Pete. Das Ding hat einfach so mehr KI drin. Das war, wann ist rausgekommen? Das Spiel, also. Das war damals. Da war damals so KI drin. Crazy, dass wieder KI drin ist. Das ist halt wirklich KI, ne? So. Was geht jetzt ab? Ich bin gespannt. Wir sind immer noch hier im Schloss. Oh, da ist Bowser. Ja. Platz da, ihr wisst ihr. Zeit für meinen Auftritt. Aber es fragt mich, wieso Kami Cooper mich wohl gerufen hat. Weil ihr findest ja kalt. Kami Cooper mit jedem Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung. Aber würdet ihr so lange am Ende des Saals warten? Okay, na gehen. Wo war es am Ende des Saals? Das ist ja eigentlich ganz so lange. Was passiert hier? Und da ist er ja schon. Seid mir gegrüßt, euer Zreckhaftigkeit. Was heißt das? Ich habe es euch haben erwarten lassen. Es war eine lange Reise. Komm, ihr Cooper, du alte Hexe. Sagst du dir, worum geht's? Bleibt bitte ganz ruhig, euer... Äh, äh, ja. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Ruhrling gesehen. So hört man. Was? Was denn es hilft mir, was dieser Mario treibt? Und du wagst jetzt mich wegen so einer Lapillare zu stören? Aber es ist super, außer. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Einen Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen. Sternförmung der Edelstein, das sagt man. Ich versuche gerade etwas über die Stein herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen. Sie sollte ich mir krallen, wenn ich sie mir so welchersthaft helfen kann. Hm. Halt mich über die Fortschritte der Untersuchung auf dem Laufenden. Sehr wohl. Verlasst euch auf mich. Eure, äh, Fohl-Slangheit mögt ihr eigenes Rührei. Hm, lecker. Eigentlich mag ich nicht. Ich liebe Rührei, aber warum fragst du? Nun, diese Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort ein Picknick zusammen machen. Es wäre eine Ehre, euch dazu begrüßen zu dürfen, euer Maßlosigkeit. Bleee. Dummlos. Das ist eine Situation für ein Picknick. Und soll es nur untergeben, dann werde ich nie die Welt herzhaft erlangen. Ah, das ist aber sauer. Aber ah, beruhigt euch doch, eure Reizhaftigkeit. Was, was ist denn? Was? Ist das wahr? Eure Herzschönlichkeit. Es ist etwas Fürstbares passiert. Unsere Szenpiz ist ein Ruhling entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer sagt das denn? Diese Ruhlinger? Alles Leid, sie bin noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genau Untersuchungen durch. Bis erst jedenfalls, dass Prinzessin Piz entführt wurde. Prinzessin Piz über meinen Kopf hinweg zu entführen? Ja, niemals nach keinem Umstand kann ich mir was zulassen. Wir müssen sofort los. Auf nach Ruhling. Wir müssen Piz retten. Okay, also noch jemand, um den Piz zu retten. Vielleicht, es wäre komisch, weil Bowser vielleicht kann man es zusammentun und gemeinsam Piz retten. Wer weiß. Wir haben zumindest beide selbe Ziel, nämlich dass Prinzessin Piz wiederkommt. Eure Wachseligkeit, so wartet doch. Okay, okay, okay. Was hier alles abgeht. Crazy, crazy, crazy. Kupio, du willst also mit Mario auf Anlass aufgehen? Ja, Vater, ich will mit Bowser zusammen ihr Abenteuer fortsetzen. Und ich will wieder ein slacker Koopa werden, so wie du. Gut gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur nicht eins, du bist mein Sohn, Kupio. Und ich bin dein Vater. Kupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zurückkehrst. Hm, und denk dran, du denkst immer, du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Du, keine falsche Beseidenheit. Wie ist dieses Dorf deiner Heimat? Danke viel, dein vielen Dank, Vater. Aber los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal zu Rowling zurückkehren. Erinnerst du dich, Mario? Der Besitzer der magischen Karte, halte diese von Antorn in der Höhe. So das werden die Sternjuwelen ihm wegsinn. Ich kann das erst nicht mal lesen, Entschuldigung. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückkehren, werden wir dann auf die magische Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist. Ja, so muss das sein. Lass uns gehen. Okay. Das werden wir im nächsten Part von Super Paper Mario. Ja, nicht wahr. Von Paper Mario tun. Ich bedanke mich bei dem Part für zu sehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part, liebe Leute. Und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020